Servus alle zusammen! Bei einem so schönen Wetter wie heute muss man natürlich einmal ein wenig auf den Wald gehen und da bin ich auch gerade unterwegs. Hier am Gipfel des großen Waldsteins habe ich wieder etwas gefunden, was ich euch gerne mal zeigen würde. Und zwar, abseits des Bärenfangs, den du hinter mir ein bisschen erkennen kannst, eine seltsame Schneise, die mitten im Wald aufhängt und die tatsächlich viele Leute für eine mittelalterliche Handelsstraße oder einen alten Weg halten. In Wohrath handelt es sich bei dieser Vertiefung, die du hinter mir sehen könnt, um die Reste der ehemaligen Adolf-Hitler-Skibahn, die 1935 vom Fichtelgebirgsverein Münchberg gebaut worden ist. Insgesamt wollen die Forstarbeiter rund um Willi Bayer gut ein halbes Jahr drüber, diese Schneise in den Wald zu schlagen, um damit den Skisport auch auf dem Waldstein zu ermöglichen. Das Interessante ist, dass im Jahr der Einweihung sogar ein Mitglied der NS-Gauleitung aus Bayreuth dabei gewesen ist, was natürlich schon zeigt, dass diese Skibahn tatsächlich auch den Tourismus am Waldstein ein Stück weit ankurbeln sollte. Tatsächlich hat es auch relativ gut funktioniert, bis sie noch in den 1960er Jahren so dermaßen schlecht im Zustand war, dass man sich dazu entschied, sie vorerst stillzulegen. 1965 haben Planungen begonnen, den Waldstein noch einmal neu zu erschließen, die Skipiste wieder auf Vordermann zu bringen und sogar einen Schlepplift nebendran zu bauen. Unter dem Protest der Naturschützer und der Oberforstverwaltung sind diese Planungen allerdings zehn Jahre später eingestellt worden und so ist der Waldstein heute, ich würde fast sagen glücklicherweise, eine der ruhigeren Gipfel im Fichtelgebirge, während die Sportfreunde eher an den Ochsenkopf ziehen. Wenn ihr euch auch einmal auf die Spurensuche rund um den Waldstein machen wollt, dann nutzt die schöne Zeit auch jetzt im Winter. Es ist einfach wunderbar hier oben und vor allem kann man im Wolsterhaus nach der Wanderung Ski einkehren. Macht's gut derweil. Servus!